so bierner sera heute mal ein kleines unboxing video wie ihr sehen könnt hat den hintergrund dass ich neulich was gewonnen habe der kanal von dem kollegen ist natürlich unten verlinkt ja ich weiß schon was drin ist er kann schon erraten ja haare eine schacki maske ich suche mal ein bisschen weiter weg sieht doch an sich ganz nice aus ja das war es auch schon wollte ich euch noch ein bisschen zeigen und präsentieren das ding bekommt einen schönen platz und ich sag mal bis bald